Ein mächtiger Verlag mit der auflagenstärksten Zeitung des Landes und einem Chef mit sehr eigenen Ansichten. So muss man, vorsichtig ausgedrückt, die Recherche der Wochenzeitung Die Zeit lesen. Demnach hat Matthias Döpfner etwa zum Klimawandel gesagt. Umweltpolitik, ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen. Nachrichten wie diese schickte Döpfner offenbar an die Redaktionsspitze der Bild-Zeitung und überschritt für den Medienforscher Horst Röper damit eine Grenze. Was er selber für eine politische Meinung hat, ist ihm ja unbenommen. Aber diese Meinung eben als Direktiven rauszugeben an seine Redaktionen und sie eben aufzufordern, bestimmte Positionen einzunehmen oder gar für bestimmte Parteien Wahlkampf zu betreiben, das geht natürlich entschieden zu weit. Auch rassistische Nachrichten zitiert Die Zeit. Döpfner schreibt demnach in einem kruden Mix aus Englisch und Deutsch Mit solchen Aussagen würde Döpfner auch gegen die von ihm selbst verkündeten Grundsätze des Springer-Konzerns verstoßen. Wir sind überzeugt, dass klar sein muss, wir tolerieren keinerlei Rassismus. Einen weiten Grundsatz hat Friede Springer, Witwe des Verlagsgründers Axel Springer, vor wenigen Tagen noch einmal in einem Interview betont. Journalismus müsse Politik erklären und begleiten, aber nie machen. Da würde Döpfners Nachricht kurz vor der letzten Bundestagswahl vermutlich nicht gefallen. Unsere letzte Hoffnung ist die FDP. Nur wenn die sehr stark wird und das kann sein, wird das grün-rote Desaster vermieden. Können wir für die nicht mehr tun? Nebenbei enthüllen die Recherchen der Zeit auch, dass Döpfner sich mehrfach herablassend über Angela Merkel geäußert haben soll, die von Friede Springer als Freundin bezeichnet wird. Doch selbst wenn die ehemalige Springer-Chefin wollte, könnte sie Döpfner wohl nicht rauswerfen. Friede Springer hat ja nun nicht mehr die Macht, etwas gegen Döpfner zu tun, weil sie eben ja die Stimmrechte im Aufsichtsrat des Unternehmens beziehungsweise in der eigenen Versammlung eben übertragen hat. Komplett? Komplett. Für die größte Empörung sorgen bisher Döpfners angebliche Aussagen zu Ostdeutschland. Die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Wie würde wohl die Bild-Zeitung über so eine Aussage berichten? Vielleicht Milliardär Matthias D. beleidigt 12 Millionen Deutsche. Bisher aber hat die Bild darüber überhaupt nicht berichtet. Matthias Döpfner hat in einem internen Schreiben gegenüber Springer-Mitarbeitern alle Vorwürfe zurückgewiesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020